Nur zwei Schritte Anlauf von Schweinsteiger. Aber trotzdem sicher versenkt und die Bayern gleichen aus zum 1 zu 1. So kennt man ihn, den Sportkommentator Benni Thurnherr. Jetzt sucht ihr in der Castingshow einen wie Benni zusammen mit Claudia Lesser einen legitimen Nachfolger. Zwei mögliche Kandidaten sind Martin und Leonie. Bei ihnen klingt es so. Franco Costanza im Basler-Basler. Selbstverständlich eine Herausforderung für den Goli. Und Bastian Schweinsteiger, der versucht, den Ball in die Masche zu dreschen. Wo wird er denn spielen? Er ist bekannt für seine Penaltis nach Flachunnen. Und wir sind gespannt. Der Schiri pfeift hin und... Ich habe jetzt gemerkt, dass bei all den 1400 Castingskandidaten die meisten sagen, dass es wichtig ist, dass man Emotionen zeigen kann. Er nimmt Anlauf. Und er versenkt ihn! Sensationell! Und Emotionen bedeutet dann, dass er einfach laut schreit. Und das sind eigentlich keine Emotionen. Flach unten rechts rein. Das ist das 2 zu 1. Emotionen bedeutet eigentlich mitleben und dann, wenn es passiert, mit seiner ganzen Person darauf reagieren. Er wird von den Beinen geholt. Und es ist also schon so, dass der Penalti gerechtfertigt ist. Und das ist jetzt typischer Fall von etwas, das man eben nicht vorbereiten kann. Das muss dann einfach kommen. Entweder man hat es oder man hat es nicht. Und wer es hat, das sehen Sie ab dem 6. Februar im Schweizer Sportfernsehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.